Hallo und herzlich willkommen zurück zu Celeste. Beim letzten Mal haben wir die erste B-Seite geschafft. Und ich würde... Uh, zwei Herzies, wie schön. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal... Sind wir schon in der zweiten Welt? Uh. Hier auf die B-Seite. Alte Städte. Na mal schauen, wie das in B-Version aussieht. Und ich bin auf das League gespannt. Okay, das ist noch normal. Äh. Hä? Springen ist A plus B. Das weiß ich. Ich bin irritiert. Ach nein, Moment. Ich muss ja... Oh, puh. Wie muss ich denn den Sprung machen? Moment, ganz kurz. Hä? Ich könnte so komplett ringsrum, ne? Das muss ich noch verstehen. Wait. Oh, das Lied ist schön. Das gefällt mir gut. Oh, jetzt hab ich's verstanden. Man kann von da aus abspringen. Das ist krass. Ist das eine Spielmechanik, die schon von Anfang an da ist? Oh. Das hab ich jetzt etwas verborgen. Und das wollte ich eigentlich schräg. Ah, das krieg ich hin. Ah, ich wollte eigentlich springen. Okay, nee, aber das krieg ich hin. Das ist eigentlich... Das ist mega cool gemacht. Ach, meine Güte. Okay, wie will ich denn... Hm, nehm das mal bitte nochmal... Nochmal mit, wollte ich sagen. Hm. Oh, nein. Oh, ich hab jetzt erst gesehen, dass da Boden ist. Oh. Puh. Das ist... Oh, nein. Sehr schnell erspruchsvoll geworden. Ach, oh. Wait. Das war nicht ganz so klug. Ähm. Ich muss bestimmt von ganz rechts dann nach ganz links. Oh, Entschuldigung. Puh. Gut. Ich könnte dann direkt nach oben. Okay, das krieg ich hin. Machbar. Wäre es gewesen. Oh, ich muss das mal kurz die... Zeit zum Nachdenken. Ich muss das schneller machen. Wie schnell soll ich denn da dächen? Oh, Mist. Oh, Mist. Gut. Äh. Oh, was? Ich wollte eigentlich springen. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Ähm. Ja. Okay. Okay. Why though? Oh. Oh. Ich hab aus irgendwelchen Gründen gedacht, es geht in eine andere Richtung. Äh. Okay. Schade. Äh. Ja, wir warten mal. Okay. Okay, aber das ist noch am machbarsten, hab ich das Gefühl. Ähm. Ja. Ich wollte senkrecht runter. Ich hab mich beim Drücken vertüdelt. Ich wollte eigentlich woanders hin. Moment, wir kriegen das hin. Ich glaube, ich hab jetzt den, den idealen Weg gefunden. Aha. Ich mach den gleichen Fehler zweimal. Oh, wow. Ah. Warte mal, wie soll ich das denn machen? Okay, so. Puh, das war fast schon zu knapp. Ach, schlecht. Puh. Puh. Erstmal stehen bleiben. Hm. Das hat gut geklappt. Na, Moment mal. Wir können ja nochmal... ...dächen. Hm. Hoch, hoch. Ach, rechts. Und dann spontan hoch, dächen. Das da aufladen. Schräg nach oben. Schräg nach unten. Mit Sprung. Und dann festhalten. Ja. Okay. Gibt es hier eigentlich auch Verstecke? Das wirkt jetzt nicht so. Okay, dann bin ich jetzt einmal sinnlos gestorben. Ich muss mich hochdächen. Da führt ja nichts dran vorbei. Oh, what? Das ist... Ja, schön. Okay, so. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, mit senkrecht Hochdächen müsste das gehen. Ich brauche da noch einen Dächen. Oh, nein. Ich muss abspringen. Oh. Puh. Aber man hat ganz schön viel Momentum, wenn man das macht. Hui. Geschafft. Da ist was zum Gucken. Das heißt, Badling kommt jetzt gleich nicht und verfolgt mich. Mhm. Ich kann senkrecht hoch. Mit einem Sprung komme ich da bestimmt auch hin. Dann muss ich mal gucken, wie ich zurückkomme. Äh. Und dann kommen die Stacheln direkt auf mich zu, wenn ich das gedrückt habe. Okay. Ich weiß nicht, wie weit die Stacheln kommen, aber... Ich meine, ich kann ja auch... So. 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 Ich will mich immer festhalten. Ich glaube, das ist der Fehler. So. Was haben wir denn... Jetzt hier. Okay. Ah. Die Wand fährt bestimmt nach unten. Möglicherweise fährt sie nach unten. Aber wie das dann gedacht ist, muss ich schräg? Ich kann bestimmt schräg von da nach oben. Das ist gar nicht so easy. Ich brauche, wie es aussieht, auch einen... Ich brauche eigentlich keinen Dash. Wartet mal. Doch, ich brauche einen. Ja, ich weiß es nicht. So. Und dann muss ich hier... So, wie ich nach oben mache, mich sofort festhalten. Ich muss also mit einem Sprung nach schräg... Opo, das ist ja echt eklig. Und ich habe eigentlich auf Sprung gedrückt, aber ich weiß noch nicht so ganz, ab wann ich da... ...drücken muss. Okay, warte. Ich muss später drücken. Okay. Ah. Das muss ich jetzt allerdings noch verstehen. Oh, aber ich weiß nicht, wie ich den Sprung da machen soll. Da muss ich ja wirklich im letzten Pixel abspringen. Okay, das war schon fast zu heikel. Ne, das geht so nicht. Ich... Ich glaube, ich habe es. Oh. Gut, dass ich jetzt gerade sinnlos in die Wand gekracht bin, aber ich habe dadurch was gemerkt von der Distanz. Ah. Das ist richtig. Aber... Wozu ist der Weg rechts denn dann da? Ich meine, ich kann mich jetzt kaputt machen lassen. Ist der nur zum... ...verwirren da? Das Spiel ist doch so schon schwer genug. Gut. Gut. Ah, ja. Ah. Wah. Oh. Puh. Das ist nicht... Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal was schauen. Ich kann nicht gleich zurück. Ah, das ist doof. Aber es müsste eigentlich... Es gibt sonst keinen anderen Weg. Lass mich nochmal schauen. Es geht. Aber ich darf keine lange Reaktionszeit haben. Ich muss das sofort drücken. Sobald ich am richtigen Ort bin. Man muss nach rechts. Ah. Ich wollte das cheesen, aber es geht nicht. Ah. Oder es geht vielleicht, aber ich muss so pixelgenau... Wow. Okay. Oh mein Gott, ich hab's. Oh mein Gott, ist das das Ende schon? Wie krass. Hm. Moment, das muss ich jetzt noch kurz verstehen. Aus. An. Ah, ist das cool. Schwarzer Mondaufgang. Ah. Das ist schick. Ja, das war... Eine coole B-Seite. Geht viel mehr gut. Ah. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das waren auch sehr viele Tote, aber es hielt sich... Fast schon in Grenzen. Jetzt würde ich mal sagen, die Zeit ist relativ kurz. Ich mach jetzt noch die nächste B-Seite. In der Realität gehe ich jetzt allerdings erstmal in die Uni. und mach das morgen. Aber ihr könnt jetzt gleich die nächste B-Seite genießen. Viel Spaß. Oh. Äh. Moment. Oh. Da kann ich so ranspringen. Okay. Oh, die Musik ist geil. Hui. Oh nein. Hier sind überall die kleinen Haris. Hm. Da war meine Ausdauer am Ende. Okay. Das Lied ist super cool. Wie mach ich das am sinnvollsten? Ich könnte gleich rüber. Okay. Die Tür hat mich irritiert. Ich dachte, es wäre ein Bumper auf einmal. Okay. Da muss ich doch noch warten. Aber ich hatte jetzt schon Angst, dass ich Schweißtropfen sehe. Und dass ich gleich runterfalle. Unterfall. Okay. Ähm. Wow. Oh nein. Da ist... Krempel. Ich weiß nicht, wie ich die Dinger nennen soll. Darum... Äh. Das ist natürlich doof. Okay. So. Das Problem hätten wir... Gelöst. So. Hm. Okay. Ah. Das... Das geht so nicht. Okay. Gut. Bis zu dir möchte ich trotzdem... Das ist nicht... Nicht easy. Wie muss ich denn da ranspringen? Ich brauch den Dächt nicht mehr. Okay. Ja. Wenn die Angst zu groß wird. Okay. Jetzt halte ich mich nochmal so fest. Äh. Okay. Danke. So. I. Ich brauch es... Tatsäch... Wow. Tatsächlich. Das ging jetzt zu schnell. Tatsäch... Hahaha. Oh. Puh. Moment. Ah. Das war bestimmt richtig. Ich bin nur eine Sekunde zu langsam gewesen oder so. Puh. Okay, warte, das geht gleich stressig los. Oh, wie komme ich denn an den da unten? Moment, da komme ich aber auch so ran. Wow, 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 oh, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich durch den Bumper durchspringe. Gut, ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, glaube ich. Ich habe den Raum jetzt schon so oft gemacht, dass ich inzwischen weiß, wie ich es machen muss. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Hm, gut. Ja, schön. Der hatte es in sich, der Raum. Ich bin gefangen, macht nichts. Ähm. Wie weit geht denn das? Es geht sehr weit rum. Das war natürlich klug. Wow. Entschuldige dich, bitte. Oh, puh, die sind, die sind fix. Äh, ich glaube, ich muss mich gleich... ...wenn sie nicht in mir sind, Dashon. Oh, puh, wow, das ist vom Timing her nicht einfach. Außer natürlich. Ah. Aber es geht bestimmt schräg. Ja, da bin ich abgerutscht. Okay, wir sind schon so weit gekommen. Wir haben es geschafft. Wow, ich bin ja echt erpisch darauf, meinen Däsch zu nehmen, aber ich glaube, das darf ich hier nicht. Ich brauche ihn in der Mitte. Stimmt. Äh. Okay, ich muss, ähm. Wie laufe ich denn am besten? Ja, das war gut. Okay. Ah, nein, das wollte ich nicht machen. Gleich nochmal killen. Ich will gleich über die Stacheln drüber springen. Oh, da muss ich nur noch das richtige Timing finden. Hm. Boah, puh. Okay. Puh. Ich will eigentlich kurz was rausfinden, aber ich weiß nicht, ob ich genug Aus... Wow. Ausdauer dafür habe, um das rauszufinden. Kann ich auch unten rum? Oh. Das unten rum meinte ich nicht, aber... wie es aussieht nicht. Der Weg ist zu weit. Ich muss das schon so machen. Und in die Stacheln springen. hui, 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 hui. Ich habe es irgendwie geschafft. Ah, der rutscht genau da durch. Und die sind genau entgegengesetzt. Das ist natürlich eklig. Da ist gar keine Wand. Ich muss andersrum da ran. Kann ich denn da überhaupt so rum ran, wie ich es mir gerade gedacht habe? Ich habe den Boden da nicht gesehen. Ich habe gedacht, das war alles Fenster. Ah, da war wieder mein Augenproblem. Wie nervig. Okay. So war das an sich nämlich einfach. Mit dem Fenster da. Hm. Mir gefällt das so nicht. Ich habe es nicht gedacht, dass ich mich wirklich festhalte. Wow. Okay, ich muss mich senkrecht durchdäschen. Das ist machbar. Hey. Und ich muss mich tatsächlich auch festhalten. Na gut. Ich würde mich gerne festhalten, aber ich springe zu weit. Ich kenne das irgendwie gerade nicht mehr. Okay, besser. Okay. So. Äh. Wait, what? Okay, wenn ich es schneller mache, geht das vielleicht sogar. Und ich glaube, ich muss den Sprung nochmal richtig verstehen. Wie immer. Boah, wie schnell soll ich denn da springen? Es sind so viele Momente, wo ich denke, ich bin schon längst tot und halte mich dann irgendwie noch fest. Puh. Uh. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Okay, das lässt sich aber, glaube ich, noch alles machen. Wenn man es richtig angeht. Ah, ich wollte mich noch festhalten. Und das kann ich eigentlich gleich skippen. Ja, ich kann es vielleicht, aber da darf der kleine Block nicht im Weg sein. Okay. Gut, das war... Äh. Noch machbar. Was bist du denn? Warum? Okay, wow. Wait, wie schnell muss ich das machen? Okay, nee, das geht so nicht. Ach, und ich darf mich wieder nicht mit dem Festhalten abstoßen. Und ich dachte, ich könnte mich da auch holen. Nichts da. Das ist Celeste. Hier wird richtig gerackert. Oh, wie komme ich denn da ringsrum? Ich... ...wollte das gerade nicht so machen. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Es sah kurz so aus. Es wäre ja, ich gedasht, aber... Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Hui. Ähm. Nee. Das kann ich nicht mit dem... Obwohl, doch kann ich eigentlich. Ah, geht es da unten rein? Mist. Oh, das möchte ich gar nicht rausfinden. Hm. Na, Moment. Wir kriegen das hin. Ah, ich wollte mich gerade noch schnell festhalten. Ah, ich wollte mich gerade noch schnell festhalten. Ah, wie doof. Ah. Ah. Sweet. Oh, ich hab's geschafft Und ich kann wieder zurück Okay, das heißt, ich müsste dort Ah, da geht's glaube ich nicht durch, oder? Das sieht so eng aus Ich trau mich nicht What? Ähm, das ist die... Ach nein, halt, Moment Äh, ja Oh, boah Gut Mh, das war ja noch recht machbar Ich hätt's mir eigentlich denken können, dass die wahrscheinlich runterfallen Ach, Mann Okay, und das war, das war grad dumm Ähm Ah, schade Aber das war fast schon gut Gut Da muss ich wirklich schnell durch Okay Ähm, da könnte ich prinzipiell noch warten Ah, und ich darf nicht schräg Okay, aber das kriegt man hin Also natürlich, ich warte vorher Und mache alles vom Timing auf einmal anders Hm Ich wollte es hin recht hoch Ah Ich bin mal kurz auf dem Klo Jo Probieren wir das Ganze jetzt nochmal Okay Ach, die kleinen Blobbles Ich glaube Mein Nef hat mir letztens ein unglaublich geiles Bild gemalt Ja, mir in einer Achse des Bösen Da waren Ramsen drauf und die Pilze von Landstalker Ich glaube, die hier können auch mit dazu Ah, ich wollte mich festhalten Das war dumm Oh, wait, was? Das ist eklig Hm Oh, eine Erholplattform Wow Okay Ich mache jetzt los Gut Hm Ah, gut Gut, gut, gut Ich war jetzt schon leicht Irre Oh, nein Von allem, was hätte kommen können Bist du nochmal hier? Oh, nein Ich hatte keinen Dash mehr Oh Kann ich eigentlich an ihm auch mal einen Dash resetten? Das lässt sich gar nicht so einfach rausfinden Ach Ja, gut, okay Das Ja Ja, kann ich Aber Nicht meine Ausdauer Okay Man ist ja doch nicht ganz so gut wie diese kleinen Dinger hier Und ich wollte eigentlich gerade auf ihn abspringen Das macht die ganze Sache schwieriger Ich darf jetzt nämlich auch nicht auf ihn draufspringen aus Versehen Ah, genau wegen sowas Weil ich dann meine Ausdauer nicht zurückkriege Die ich so halt zurückbekomme Oh, da ist ein Bumper in der Mitte Ich habe ihn jetzt erst gesehen Oh, das ist gut Damit können wir das Schaffen Ah, Mist Oh, wir haben es noch geschafft Das hätte ich jetzt nicht gedacht Okay War das überhaupt jetzt gerade richtig? Hätte ich mich Muss ich mich da ducken? Ja, muss ich Gut Okay Muss ich? Doch, muss ich Ich wollte gerade sagen Ich kann mich dort da durchpressen Aber nein Okay, Moment Ich muss jetzt umschalten Auf mein Auf mein Digikreuz Um senkrecht hoch zu springen Uh Kann ich das so lange noch warten? Wir werden es nicht rausfinden Moment Ach, Madeline Dein Kopf ist zu groß Ah Ich sollte auch noch warten Boah, das ist fies vom Timing Aber geschafft Wait What? Okay Das war dumm Aber Das war auch dumm Ich muss bestimmt bis zum Schnee Hm Wenn ich noch ein bisschen länger warte Dann geht das Huch Ja, das war gerade bitter Ah Nein, Elik Schnee ist kein Bumper Okay Muss ich da so durch? Nein Das funktioniert auch nicht Aber wenn ich auf ihn drauf springe Ah Dann vielleicht Boah Das ist bestimmt nicht richtig So wie ich es hier gerade mache Aber Das ist mir tatsächlich noch egal Ach Schade Ich wollte eigentlich auf ihn drauf Das geht nämlich bestimmt so Wow Jetzt habe ich es mir gerade allerdings selber verbockt Oh, Moment mal Haha Das ist das Ende Oh, das ist ja noch ein Schalter What Das war gerade bitter Und das hätte ich vielleicht sogar schon schaffen können Aber okay Ich werde es gleich am Jetzt habe ich gerade meinen Fehler gemerkt Ich muss das so machen Die Musik hat gerade komisch gehangen Ähm Eleg Du hast doch gerade Selbst festgestellt Dass du das anders machen musst Hm Hm Wie mache ich das am günstigsten? Nicht so Ich habe eine Idee Ah Das wäre es gewesen Ich sollte nur schräg dächen Und nicht Gerade Ah Cool Auch geschafft Gutes Karma Hihi Ach schön Ah Das war geil Das hat gefetzt Der eine Raum war mega ätzend Aber er war auch cool Hihihi Ah B-Seite abgeschlossen Das waren viele Tode Wie viele waren das? Weit 200 rein, oder? Ja Weitende 200 rein Das dachte ich mir fast Oh Das war schick Jetzt erlauben wir uns mal ganz kurz Ah Hihi Okay gut Dann würde ich sagen Wenn euch dieser Part gefallen hat Wenn euch dieser Part gefallen hat Dann bitte Bewerten, kommentieren Und vielleicht mit euren Freunden teilen Ein ganz großes Dankeschön An meine drei Patrons Die mich und diesen Kanal Finanziell unterstützen Und wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Und bis dahin Euer Elik Bye Bye